Kennst du das in deinem Leben, wenn dir einfach alles viel zu viel wird? Wenn die Aufgaben zu viel werden, die Dinge, die du halten musst in deinem Leben, wenn du emotional merkst, da ist viel zu viel los, ich kriege das alles gar nicht mehr richtig balanciert. Ich denke, so geht es vielen Menschen da draußen und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, deshalb möchte ich dir gerne ein paar Tipps mitgeben, wie du dir in der Tiefe ein paar Lösungen aufbauen kannst, damit dir eben nicht mehr alles viel zu viel wird. Ich bin ein großer Freund davon, die Dinge beim Namen zu nennen und die Dinge auch an der Wurzel anzupacken. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Basics einzuhalten, dass du genug schläfst, dass du dich ausreichend gut ernährst und dass du auch einen guten Fokus auf deine Bewegung hast. Wenn diese drei Basics nicht stimmen, dann läuft schon ganz viel falsch und dann wird das einen großen Anteil daran haben, dass dir eben alles viel zu viel wird, weil du eben nicht mehr deine Leistung bringen kannst, weil du nicht mehr in deiner vollen Kraft bist. Aber ich möchte dieses Video gar nicht in die Richtung führen, dort näher darauf einzugehen, weil das weißt du alle schon. Ich möchte dir vielmehr ein paar Fragen mit an die Hand geben, die du für dich einmal reflektieren darfst, um in deinem Leben eine nachhaltige Veränderung durchzuführen. Weil genau das ist die Chance in den Momenten, wo wir merken, mir wird alles zu viel. Ich glaube sogar, dass unser System uns diesen Moment liefert von Überforderung und von gestresst sein und ausgelaugt sein, damit wir diese Pause einlegen, dieses Innehalten, dieses auf diesen Stopp-Knopf zu drücken, eine kurze Sequenz in unserem Leben einmal innezuhalten und uns tiefgehende Fragen zu stellen, die nachher alles verändern können in deinem Leben. Das Zeichen, dass dir alles zu viel wird, ist letztendlich nur ein Zeichen dafür, dass gewisse Dinge in dir zu viel Raum bekommen, nämlich Dinge, die du eigentlich nicht bist, die vielmehr aus deinem konditionierten und falschen Selbst herauskommen und Dinge, die du bist und sein willst und dich ziehen aufgrund deiner Intuition und dem, was du über dich weißt, zu wenig Raum bekommen. Und dann gibt es einen inneren Kampf von, ich muss das machen, aber eigentlich will ich das machen. Und dadurch entsteht das Gefühl, zu viel zu tun, weil ich glaube nicht, dass es grundlegend nicht geht, viel zu machen. Wir können unglaublich viel schaffen in unserem Leben, wenn die Dinge in Balance sind, wenn deine Erfüllung, dein Sinn und das, was du erschaffst und kreierst, in Balance ist mit deinen Pflichten, die das Menschsein nun mal mit sich bringt. Und deshalb möchte ich dir gerne drei Richtungsweisungen oder drei Tipps oder drei Haltungen mit an die Hand geben, die du für dich einmal überprüfen kannst. Der erste ist, dass du dir ausreichend Raum gibst, einmal zu fühlen, was wirklich gerade da ist. Was meine ich damit? Der Moment, überfordert zu sein und das Gefühl zu haben, es ist alles zu viel, ist ein gutes Indiz dafür, dass du irgendetwas in dir unterdrückst und dem keinen Raum mehr gegeben hast. Was ist das? Oft nehmen wir ganz viele Aufgaben an, einfach aus der Gewohnheit heraus, aus dem Verhaltensmuster heraus, vielleicht auch aus dem Glaubenssatz heraus, was ja immer darunter liegt unter dem Verhalten, dass du nicht genug bist oder noch nicht genug geleistet hast. Also machst du noch die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe und die Aufgabe. Und irgendwie versuchst du, vielleicht es auch allen und jedem recht zu machen. Und darunter liegt wieder, dass du das Gefühl hast, vielleicht nicht dazu zu gehören. Und mir ist wichtig in diesem ersten Tipp oder in dieser ersten Richtungsempfehlung für dich, dass du dir Raum gibst, einmal zu fühlen und den Gefühlen, die du unterdrückt hast, Raum zu geben. Das kann so aussehen, dass du dir morgens Zeit nimmst, dich hinsetzt und einfach mal ein paar Minuten, einfach nur mal zulässt und in dich hineinspürst, hineinspürst, was sagt mein Körper mir? Wo sitzt gerade etwas fest? Was ist das Gefühl? Und dir erlaubt es, dieses Gefühl einmal wieder an die Oberfläche zu holen. Oft rennen wir und rennen wir und rennen wir und versuchen Dinge zu erledigen, die uns ablenken, um uns eben nicht mit dem Gefühl auseinanderzusetzen. Wenn du das nicht alleine kannst, dann such dir Hilfe dafür und Unterstützung, jemanden, der dir den Raum hält. Der zweite Punkt ist, dass du einmal deine innere Haltung überprüfst. Deine innere Haltung zu deinem aktuellen Leben und zu den Geschehnissen, die passieren in deinem Leben. Oft entsteht auch dieses Gefühl von alles wird mir zu viel, weil sich Dinge im Außen verändern und oft nicht so, wie wir das im ersten Moment wollen, weil wir Schwierigkeiten haben mit Adaption, weil wir Schwierigkeiten damit haben, uns selbst anzupassen auf die Veränderungen da draußen oder unseren eigenen Weg da drin zu finden. Und eine innere Haltung zu wählen von die Dinge passieren, weil sie passieren und weil sie jedes Mal auch eine Botschaft für dich innen tragen, weil sie ein Wachstumspotenzial haben, weil es der Prozess deines Lebens ist. Und die innere Haltung aufzubauen, dem Prozess zu vertrauen und dem Lebensfluss zu vertrauen und das alles seine spezifische Zeit hat in seinem Leben, ist etwas, was dir erstmal einen inneren Raum verschafft, der dich durchatmen lässt, weil du dann weißt, ha, okay, es ist nicht alles gegen mich. Vielleicht entsteht dieses Gefühl, es ist alles zu viel, auch in der Form, dass du denkst, ha, ich werde nicht gesehen. Die Dinge, das Leben meint es nicht gut mit mir. Nein, das Leben meint es immer gut mit dir. Die Dinge passieren für dich, nie weil du irgendwie bestraft werden sollst für irgendetwas, sondern weil das Leben sagt, was auch immer das Leben ist, was auch immer die Definition davon ist, was auch immer die Kraft ist, die dort das steuert, an was auch immer du glaubst. Es will dir sagen, schau noch mal hin, gib dem eine Chance, triff eine mutige Entscheidung, vertraue darauf, dass die Dinge genauso kommen, wie sie kommen sollen für dich. Und das ist eine sehr konträre Haltung zu dem zielfokussierten Sein unserer Gesellschaft. Du musst dir Ziele setzen, es geht immer höher, immer schneller, immer weiter, immer mehr und so weiter. Unser Blick ist die ganze Zeit nur nach außen gerichtet. Wenn unser Blick nur nach außen gerichtet ist, dann wird dieses Gefühl, dass dir alles zu viel ist, immer und immer wieder kommen. Dann bestimmen Ängste dein Leben und dann bestimmen Zweifel, Sorgen, Limitierungen und Mangel dein Leben. Du willst dich aber für Fülle öffnen und deshalb darfst du dich für eine neue innere Haltung wählen. Also der zweite Punkt ist, wenn du innegehalten hast, deine innere Haltung zum Leben allgemein zu überprüfen. Und der dritte Punkt ist, dass du lernst, gut zu dir selbst zu sein und dich selbst zu priorisieren. Durch was auch immer dir dienlich ist. Wir glauben oft, wir haben für Dinge keine Zeit. Doch die Dinge, die uns Balance bringen und einen Ausgleich bringen, auch in Situationen zu kommen, in denen wir neue Entscheidungen treffen können, dauern oft nur ein Bruchteil von der Zeit, die wir glauben, dass wir sie uns nehmen müssen. Die eine Stunde am Tag, die drei Stunden die Woche. Es ist nur eine Frage der Priorisierung für dich selbst. Ja, du darfst dir selbst am wichtigsten sein. Ja, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und wenn du diese Priorisierung für dich einmal näher nimmst, dann wirst du vielleicht auch feststellen, welche Themen dich gerade beschäftigen und was das mit dir macht. Verurteilung, Selbstverurteilung, Selbstkritik. Und dann darfst du dir diese Themen genau einmal anschauen. Lerne dafür auch, ein bestimmtes Nein auszudrücken. Dich selbst zu priorisieren, bedeutet auch, Nein zu Sachen zu sagen, die du nicht bist, die du nicht willst. Und das erfordert oft einen Mut dazu, zu unserer eigenen Wahrheit zu stehen und dich dem Ungewissenen zu stellen. Wenn du eine neue Entscheidung triffst, dich für einen neuen Lebensweg zu entscheiden, dann weißt du oft nicht, was dort auf diesem Lebensweg für dich bereitsteht. Aber das weißt du ohnehin nie. Jeder Tag ist eine neue Überraschung. Und genau wenn du mit diesem Mut dich selbst priorisierst, dann stellst du dich der größten Aufgabe des Lebens, nämlich offen zu sein für alles, was du lernen, erreichen, sein kannst und finden kannst in deinem Leben. Also der dritte Punkt ist, dich selbst zu priorisieren. Und ich könnte hier noch zehn andere Punkte bringen oder 20, weil es ein unfassbar großes und sensibles Thema ist. Es ist ein Thema, was sehr individuell ist. Ich möchte dir an die Hand geben, dass du nicht alleine bist damit und dass es wichtig ist für dich, auf diesen Stopp-Knopf zu drücken und dir die elementaren Fragen im Leben jetzt zu stellen und nicht länger davon wegzulaufen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Schreib mir gerne unter dieses Video in die Kommentare, was deine Herausforderungen gerade sind oder aber was deine Gedanken zu der Vorgehensweise ist. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hier im nächsten YouTube-Video wieder.